Das Bauer Palladio Hotel und Spa liegt in Venedig in Waynation, Venedig. Das Bauer Palladio Hotel und Spa ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Neun Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur neun Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 5,5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Zimmer. Mit 5,3 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotels werden mit 4,8 Sonnen bewertet. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,5 von 6 Sonnen. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,3 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur 1 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.